ja hallöchen und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur nächsten folge von der schwarze trocken sagen ihr lieben leute hier am berg traken sagen ja ich muss mich auf jeden fall aufheilen lassen das werde ich machen das mache ich gerade cool gut dann werden wir weitermachen ich schaue dass ich die jetzt einmal umgehe diese komischen da da sind zwei steingolem die richtig schwer sind ob ich die umgehen kann weiß ich nicht könnte normalerweise so sein dass ich die umgehen kann oder kommen die jetzt ich renne einfach durch leute es kann sein nö ich muss da sowieso durch kann ich darauf na gut dann mache ich die halt so gute lieben also nächste folge das ist jetzt in dieser aufnahme session die letzte episode ja dann schon fünf folgen in dieser session die mandrake werde ich verzaubern werde ich schön verzaubern so vor krim du schmeißt den mal um die zwei steingolem schaue ich dass ich momentan nicht mache die sara ist nicht da zum hundertfünfunddachzig tausendsten mal du wirst es nicht alles verzaubern hier also wegzaubern von deiner mana steingolem kommen auch gleich ja die kommen da eh schon so du wirst einmal drauf schmeißen hier weil ich werde die steingolem weil die sind ziemlich zäh schauen dass ich die umgehe drei steingolem leute so luke leute schneller gehen wir so kommt mit der dschinn der dschinn der dschinn wo will er hin so da muss ich rein gut dann lassen wir dir mal zwei knochenbrüche leute da ist eine falle so und da ist das zweite portal leute ich habe drei knochenbrüche ja leute gut fehlgeschlagen oder was wahnsinn so passt gut dann lasse ich das leben mal voll füllen ich werde sowieso jetzt einmal die die ähm das portal hier zerstören so passt passt gut dann geht es einmal weiter jawohl das ist super aber da hinten ist ja auch jetzt momentan nichts ne gut dann würde ich einmal sagen haben wir da was neues zweites und drittes portal und es muss ja nur noch den durchgang passieren ne würde ich einmal sagen ne also es war ja sowieso von vornherein klar dass es in dieser session nichts mehr wird dass ich es durchspiel nö und es wird auch so sein dass wenn ich dieses spiel einmal durch habe kommt dann auf jeden fall der zweite teil auch auf meinen kanal trackensack am fluss der zeit weil wie ich schon einmal gesagt habe vor drei folgen oder vor vier folgen keine ahnung wird es nämlich alles was halt beim zonk kanal drüben gewesen ist den es ja jetzt nicht mehr gibt hier rüber transferiert wird da gespielt weil es gibt wirklich viele leute die eben das nicht gesehen haben beim zonk kanal drüben die ja auch hier sind so ich muss einmal schauen wo muss ich dahin durchgang zum gipfel super wie mache ich denn das wie komme ich denn darüber rechts kann ich nicht gehen doch kann ich leute nö kann ich gar nicht da kann ich nicht rauf nö also da kann ich nicht hin da kommen ja welche da kommen ja welche da kommen mandrakes da sind steingolems hilfe nein steingolems das ihr lasst mich jetzt in ruhe ich muss nur kurz schauen dass das vorbeigeht weil mit den zwei steingolems die das sind die ganzen mandrakes machen dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube ich keine gute idee die kommen auch immer so ihr lieben ich schaue ich wege mich wege mich mal in sicherheit ne und ich werde mir jetzt gleich nö das sind drei das sind drei steingolems leute die folgen dir ewig echt die kommen auch immer sagen wir mal wie lange folgen die mir die folgen dir ewig leute die folgen dir ewig nö ich will diese zwei drei steingolems das sind ja drei ich meine gut das sind jetzt nur zwei aber da vorne stehen auch welche seid einfach leise ihr stein idis kommt schneller die anderen rennen so langsam leute so das sind das sind wieder alle gespawnt das interessiert mich aber jetzt nicht ich möchte darüber leute hexengezücht lauf ruhig weg du kannst meinem gerechten zorn doch nicht entkommen ich bin tot leute ich bin sofort gestorben komm doch schau dir das an ein bist du wahnsinnig lass das mal vor krim machen boah leute ich komme alle tot wahnsinn lang hat's gedauert leute quicksave was haben wir da spiel fortsetzen wartet mal kurz sind da autosave das ist ja ich ich habe schon ewig nicht mehr geladen leute gespeichert versteht ich speichere dauernd die ganze zeit immer wieder speichern speichern und genau jetzt habe ich nicht gespeichert und habe verloren jetzt ist das wahnsinn leute aber das ist eh wurscht weil ich war ja gleich da eigentlich genau da muss ich dieses komische tor da noch machen da hinten da hinten dieses tor machen drei stein golem leute nö nö lass mich in ruhe jetzt einfach nö nö lass mich in ruhe jetzt einfach so mal hier durchlaufen ja die verfolgen dich bis zum bis zum ende der welt so du schmeißt einmal da drauf die gehen wir so richtig auf die nerven die mandrakis ja du sollst dieses klicken also heute packt das spiel so richtig für ardo ich klicke drauf und der nimmt sich dann bei meiner axt das ist nicht meine maus für ardo ah leute leben zu wüstensand rastulla leben zu wüstensand ja ich bin eh so gut wie tot ja ich bin eh so gut wie tot leute also von dem her ich versuche mein bestes du schmeißt einmal drauf vor krim ala nasreddin du auch kommt jetzt leute la also der liegt einmal und der ist ja gleich tot ja diese blöden steingolems echt ja so du zauberst auf den einmal dann schießt du ihm bitte ein pfeil in den arsch salam sterbt rastulla rastulla die steingolems gehen immer so auf den nerf lasst das mal vor krim machen das bringt sich ja gar nichts leute ich werde einmal ich werde einmal das zerstören da so 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 sauber schneller ha 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 ja ja ist mir wurscht jetzt ob die sterben ja passt das ist einmal fertig so und der nächste weg so 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 sprich du sollst draufklicken auf sie wahnsinn so sprich so ich speichere mal gut ja somit leute habe ich das gemacht den zweiten und das dritte portal äh vernichtet jawoll das ist live und das ist alles cool ich habe was ist das da eigentlich regeneration ok stimmt äh was haben wir da eigentlich axel ratus blitzgeschwind habe ich oben oh also bin ich ja oben ja das ist eh super so die gwendala wird auf jeden Fall jetzt nochmal einen armatruz raufschmeißen ich werde mir ebenfalls einen armatruz raufschmeißen warten bis die mana wieder voll ist und dann würde ich einmal sagen werde ich die Session beenden da diese golems machen wir momentan nichts ha leute und dann müssen wir runter gehen wo extrem viele kommen und schaue ich dass sich die entweder umgehe also wegrenne von denen oder mich denen dreie nach einzeln stelle leute also es wird nicht ohne es wird noch schwerer als es jetzt schon war aha wahnsinn und ich freue mich auf jeden Fall geht ja eh noch eine zweite Folge aber ich schaue dass ich das jetzt einmal komplett nach oben bringen wieder die mana den chin rufe ich ebenfalls wieder ja genau und der geht zwei drei schritte vor dass er einen chin holt ich verstehe es nicht so ja diese blöden golems leute echt jetzt das null chancen das sind drei golems genau und ich renne wieder voll rein ich NEX gezücht lauf ruhig weg du kannst meinem gerechten zorn doch nicht mitkommen So, da muss man schauen. Die sind alle wieder gespawnt. Vorkrum liegt am Boden. So, Nasreddin. Tod allen Feinden. Zeig, was du drauf hast. Die zwei Knochenbrücken. Ne, das kann ich doch nicht schauen. So kann ich das nicht machen, Leute. Das geht ja gar nicht. Sie liegt, er muss zwei Knochenbrücken heilen. Und der Steingolem kommt noch immer her. Wo gehst du hin, du Vogel? Wo geh ich hin? So, laufen wir einfach. Ja, also sie ist tot. Ich bin auch gleich tot. Aua! Aua! Tja! Ja, ich bin tot, Leute. Keine Chance. Aber ich werde jetzt die Folge beenden. Die Session beenden. Ich brauche neue Kraft. Ja, ich brauche neue Kraft, Leute. So, ich werde das Spiel laden. Ich habe eh gleich die Tour vorher gespeichert. Ich werde diese Steingolems machen, damit sie mir nicht hinterherlaufen die ganze Zeit. Ich werde nämlich der Reihe nach durchkämpfen. Aber die spawnen immer wieder so schnell. So schnell kann ich gar nicht schauen. Ich werde mir eine Taktik überlegen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Um die Folge jetzt einmal früher beenden. Ist es halt einmal früher aus. Es geht am Berg Trakensang unglaublich zur Sache und weiter. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Seid wieder dabei, wenn es dann immer näher dem Ende zugeht. Beim Spiel. Bei diesem Spiel hier. Das war es eure Trakensang. Macht es gut. Bis dahin. Game over. Und ciao.